Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das gefällt mir gar nicht und die, äh, das werden wir dieses Mal nicht tun Also nicht, nicht nochmal nicht tun Also, Ruta hat den Stalmeister besiegt und so Da, so sieht das aus, so machen wir das So, was will Goma denn jetzt wieder hier? Goma werde ich ignorieren Goma kann mir mal am Sack lutschen Klar, Monsterzyklo, fick dich, hast du nicht gesehen Lecker am Arsch Trial erhalten Ne, nicht du Du Ne, auch nicht du Du Was will das Vieh Dann geh ich da mal eben, dann nehm ich dich mal eben zu meiner, äh, fischigen Brust Ne, da, geh kaputt Nebenbei also immer noch ein paar Trüppchenschmetze Oh, oh Ich glaube das bisschen Zeit haben wir noch So, go my down Lecker Waffe, Stahlmeister Komboleiste, sehr sehr schick Kaputt Stahlmeister down So, Statisten stehen geblieben Magie Transport, hast du nicht gesehen Den will ich Wollen wir uns noch ein paar von seinen Freunden mit Magie voll Also dann holen wir uns jetzt Die Schmöke hier Das ging ja schnell So viel zu Magie Die Boni haben uns schnellstmöglich für sie zu werden So, was sagt eigentlich hier unser Unser Bomben-Bug-Exploit Kriegen wir das vielleicht mal hin Nicht von die Alter Jetzt mal aufhören mich zu verhauen Ich wollte noch ein A rankriegen Ey, blödes Fisch-Vibe Lass ich das halt Gucken, ob wir hier überhaupt mal rumkommen Mit der Verstärkung Warum kriege ich hier eigentlich jedes Mal aufs Maul, wenn ich Ruto spiele Was soll denn das Oh, ich wollte doch nur die Waffe Dieses Viech hat mich richtig lieb Ich merke das schon Ich wollte doch nur die Dekorania abschießen Aber nein Gott Ist ja wohl möglich hier 500 Kills zu kriegen Dieses behinderte W Dieses behinderte W Na Wieso müssen die schnellstmöglich besiegt werden Ich will doch nur die Minions Wahrscheinlich muss ich für ein ordentliches Ergebnis wirklich ständig Nur die Anführer Platt hauen Und nebenbei die Minions Damit ich wenigstens ein bisschen Fortschritt habe Ansonsten bedrängen die mich einfach viel zu sehr Das ist der Hammer Wenn ich kann mir jetzt noch irgendwo 50 Kills rumkrebsen Aber ich habe so viel Damage gekriegt Dass ich Den Aram bestimmt nicht mehr schaffe Au Fick dich doch Lass mich in Ruhe Toll Scheiße Ein so ein Rotzding nahm anderen Ich kann es nicht glauben Ruto muss schnellstmöglich besiegt werden Von mir aus Machen wir das halt Ich probiere das jetzt echt so Jedes Mal wieder das Problem Dass ich Auf eine andere Art und Weise Denke Vielleicht Zu rastertechnisch denke Für dieses Spiel Das ist echt schlimm 100 Kills Dann kommt die dicke Goma Film sie könnte es überspringen Wie praktisch Ich habe Ruto immer noch nicht platt gehauen Das ist echt shit Ich muss mir jetzt erzählen Dass ich schon zu viele Kills gemacht habe Das ist doch auch für den Sack Und die kriegt echt kaum Schaden Ma Warum kriegt die so wenig Schaden Stirb doch schon Du blödes Fischweib Ich stehe nicht darauf achten Dass mir dieses blöde Mistviech Nicht nur einen Laserstrahl In den Rücken schießt Los Ich habe den Plan des Feindes durchkreuzt Das finde ich aber schön Ich fühle dass meine Macht Hier nicht reicht Ja Aufgeben ist keine Schande Nur wenige können Ist das eine dämliche Dialogsscheiße mit den beiden So Rücken wir dann wenigstens Nicht Schick und Daronia Auf die Pelle Sehe ich dann richtig Ich habe aber trotzdem schon wieder Viel zu viel aufs Maul bekommen Das gefällt mir nicht Das kann aber auch einfach daran liegen Dass ich mit Ruto So beschissen wenig Oder schlechte Waffen habe Na go ma Magst du nochmal ein bisschen Komm schon mit Komm bei Fuß Wir holen uns diesen blöden Soldaten Bisschen Magie ist doch nie verkehrt Obwohl Für dich werde ich die nicht mehr benutzen Du bist bei deinem nächsten Kombo sowieso dahin gerafft Stahlmeister Kein Problem Immer noch zu wenig Kills Out Ich meinte Verstärkung halt Und Daronia Scheiße Gut Ich habe Roma besiegt Awesome Stahlmeister Ist auch down Da ist eine Waffe Da ist ein silberner Insection Herzen finde ich ganz geil Die Zeit gönne ich mir mal Hier gibt es keinen Herzkrug Warum bin ich dann eben Hier lang zurückgelaufen Oh man ey Was will ich denn dann noch Mit Daronia Der geht mir auch nur auf Eier Ich kann den Verstärkung halten Das ist doch gut Für mich Komm schon Da geht doch was Dich mache ich nur wegen dem Knochen platt Und toll Noch eine Goma Dann prügeln wir Volle Lotte Falscher Angriff Toll Den wollte ich eigentlich gar nicht Achso Das ist echt eine harte Mission Und vor allem mit dem Fischweib Da außer Gah! Wow, Laserstrahlen. Da, Herzen. Transportsoldat. Du bist doch bestimmt nett zu mir, oder? Geil, Magie. Ist mir scheißegal, Schiek. Du bist mein nächstes Opfer. Blutwelle! Kommen ein paar noch. So. Was ein Beschiss. Was ein dermaßener Beschiss. Gut gemacht, ja. Hoffe ich doch. Aber nach A-Rang sieht das alles jetzt nicht aus. Schauen wir uns doch mal an. Ja, juckt keinen. Schauen wir uns doch mal an, was wir so falsch gemacht haben. Kampfdauer auch noch B. Ich kapier's nicht. Schaden, klar, aber. Das ist doch scheiße. Wie? Boah. Und einen Kompass gekriegt. Gomasäure. Star-Meister-Knochen. Und wir sollen das mit Ruto packen, damit die Olle... Ach. Ist das schlimm. Ruto ist nun in der Galerie verfügbar. Oui. Ja, und hier der Goldrang mit Zelda, der bleibt auch aus. Na gut. Und dann versuch ich das eben nochmal. Einen ganz tollen Schnelldurchgang mit Ruto. Trankladen. Angriffsfähigkeiten. Also ich gehe jetzt nur auf Minions und versuche, den Dicken aus dem Weg zu gehen. Sehe ich das richtig. Obwohl ich ehrlich gesagt nicht so in Überlänge parten möchte. Nicht schon wieder. Das, äh... Okay, ganz im Ernst, wir regeln das gleich. Einen Klick entfernt. Ihr lasst hier ein Like stehen. Und wir gucken uns dann gleich an, ob ich das denn doch endlich mal hinkriege, mit diesem blöden Fischweib was zu reißen. Also, bis gleich, Leute.